Das ist dein Leckerli, schau! Leckerli! Schau sie mal! Monja! Schau! Schau ran! Wird sie mal innen? Aber es ist nicht der Wind! Lecker! Los gehts! Ab nach Hause! Die Schnecke! Wir sind schneller! Brav, Mann! Ihr seid so brav! Mit euch kann man auf jeden Fall Wanderreiten! Aber fix! Damit die Schnecke auch schon im Regen sind! Wenn ihr zu zweit seid, sind wir sie auch gebraucht! Mit der Scheine ist nicht so brav! Mit der Schau... Ich bin die Hotspur, die Wanderreiten! Ich bin die Schauer! Untertitelung des ZDF, 2020 Heute war ich zum ersten Mal froh, dass der Beutel so einen Scheiß-Stroh gemacht hat, dass er diesen Burg dann auch stehen hat. Wenn es genau dahinter gestanden ist, ist die überhaupt nicht nass geworden. Nachgesuch, du bist so brav. Frischer Raum wäre fast mehr Auszug wie die Ronja jetzt. Ich habe einen kurzen Moment, bis ich zu dem Burg gegangen bin. Zu dem Stroh, der gemerkt hat, dahinter kann man sich verstecken. Und es war jetzt 5 Minuten Hagel und Sturmblüm. Vierer. Und das ist die Ronja. Ich habe einen schönen Tag, auf der es einen schönen Tag. Ich habe einen schönen Tag in der Ferse.